Dieses Kleid an und das hat vielen von euch richtig gut gefallen. Ja, ich habe mal geguckt. Das ist ein Kleid, was ich 2016 genäht habe. Und da habe ich einfach einen Pulloverschnitt genommen, ich weiß nicht mehr welchen, und einen Rock reingenäht. Und weil das ein ganz typisches FINA-Kleid ist, hat das auch wieder so Special Effects. Also ich habe zum Beispiel den Halsausschnitt noch nicht fertig genäht. Ich konnte mich da nicht fürs Bündchen entscheiden und habe es dann einfach so gelassen. Jetzt rollt es sich ein und ich finde es auch schön. Dann hat es natürlich Taschen. Ich hatte aber nicht genug Stoff für die Taschen und habe gedacht, dann machst du halt eine Seite Unifarben, die andere Seite gestreift. Also vorne und hinten. Ja, es ist natürlich falsch zusammengenäht worden. Und ich habe jetzt eine komplette Seite gestreift und eine komplette Seite einfarbig. Aber das stört mich überhaupt nicht. Ich liebe dieses Kleid und trage es jetzt seit sieben Jahren.